Und herzlich willkommen im nächsten Part. Dark Space. Ja, Dark Space. Mystisch, dunkel, innovativ. Wir machen weiter, nachdem ich jetzt... Nicht gerade, nicht weiß, was ich tun soll. Natürlich super vorbereitet. Wir können uns Erde machen. Wir brauchen definitiv Erde. Wir müssen Erde sieben. Da kommen wir nicht drum rum. Wir müssen die hier auch gerade mal. In der Hoffnung, wir bekommen da ein Grass-Seed. Das Ganze hier muss ich auch noch ein bisschen hübscher bauen. Das ist ja schrecklich. Ich glaube, das machen wir mal. Ja, machen wir. Eine Axt. Axt, Axt, Axt. Habe ich keine Axt? Ich habe keine Axt. Ich will eine Axt. Ähm, jetzt spamm ich noch nicht zu. Okay. Ähm. Eine Axt. Wir brauchen Cold Stone. Mr. Turtle. Sei bitte so nett. Dankeschön. Ich muss das Ganze hier erstmal hübsch bauen. Ich habe mir natürlich im Livestream nichts dabei gedacht. Ach, schlimm. Das sind ja sowieso ganz anders. Ich weiß eh nicht, warum ich das so weit auseinander gemacht habe. Eigentlich total unnötig. Ähm. Ja, hier mal alles raus, bitte. Danke. Lauter tolle Dinge. Gehst du hier. So. 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 Und so. Na, das könnte vielleicht nicht funktionieren. Na, wir testen das gleich. Ich hole erstmal die Erde hier raus und sieben die dann einfach mal. Wir haben ja genug. Und hier nehmen wir auch noch. Seht ihr mal, wie das Ganze funktioniert. Also der kann halt automatisch rechtsklicken. Fürchte, wenn da was hinspringt, landet es nicht in der Kiste. Achso, den soll ich auch anmachen. Ja, nee, ich habe es befürchtet. Gut, wir bauen kurz um. Sekunde. Wir haben ja Zeit. Zack. Die sieben war noch zu Ende. War das ein Gras-Heat? Oh, das war ein Gras-Heat. Juhu. Ähm. Bäume müssen weg. Dringend. Haben wir super Glück gehabt. Weil wir gleich ein Gras-Heat haben. Ach, und der Leibstück hat echt Spaß gemacht, muss ich euch sagen. Also, danke nochmal. War sehr unterhaltsam. Ich habe natürlich die Ankündigung ein bisschen zu spät gemacht. Musste ich selbst auch. Aber im Nachhinein kamen dann doch noch welche. Fand ich super. Ist auch interessant, mich sich mit anderen einfach mal zu unterhalten, dann während des Streams. Also, auf Fragen zu reagieren und sowas. Genau so macht das Spaß. Achso, wir sollten die ganzen Erze vielleicht mal wegwerfen. Ich habe jetzt erstmal da rein. Die ganzen Erze kommen hier. Hier haben wir so eine nette Erzkiste. Können wir alles reinpacken. Den Flint hole ich hier mal raus. Wir haben jetzt mittlerweile so viel Flint. Wir können mit so viel Flint gar nichts anfangen. Wir brauchen noch eine Kiste. Die Regen nervt auch kein bisschen. So. Weg mit den Flints. Der Apfel kommt da rein. Die Erde kann da auch wieder rein. Haben wir hier noch was Unwichtiges? Die Türen können da auch in die Kiste. Das kann auch in die Kiste. Keine Ahnung. Siebe brauchen wir noch nicht. Die hier können auch in die Kiste. Die Pilze auch. So, dann haben wir in der wichtigen Kiste wieder ein bisschen Platz. Steinchen kommen hier auch rein. Achso, die Tür. Ja, die Türen waren komischerweise hier in den Maschinen drin. Da ist noch eine. Irgendwas stimmt da mit den Mods nicht. Kann man bei nichts machen. Ganz viel Steine und einem gleichen Gras zieht. Also ich finde das echt super. Komm mal her. Dankeschön. Ähm, Steine. Gut, das hier bauen wir dann sowieso an. Das. Heroes of Might and Magic 3 spielt einer. Okay. Wenn es Spaß macht. Gut, jetzt können wir hier weiter abholzen. Vermute ich sehe ich sowieso nicht das gesamte Holz. Und dann machen wir das weiter, wo ich im Stream schon mit angefangen habe. Denn wir wollen besser automatisieren. Dann das mit dem Ja, so. Habe ich die Erde bei mir? Warum habe ich die Erde nicht bei mir? Habe ich die weggepackt? Ja. Holz haben wir erstmal. Ups. Nein, nein, nein. Keine Monster, bitte. So. 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 Wir brauchen erstmal kein Holz. Äh, ja. Erstmal nicht. Wir brauchen erstmal Wiese. Äh, so. Und Gras sieht. Den ich natürlich wieder weggeräumt habe. Äh, wo ist er hin? Also, du bist da Gras sieht. Da bist du ja. Was machen wir mit so einem Gras sieht? Genau. Gras pflanzen. Denn wir benötigen Gras, um Pflanzen zu kriegen. Und Blümchen, die wachsen natürlich nur auf Gras. Gut, äh, hier ist irgendwo noch Holz. Da. Noch mehr Holz. Versteckt sich noch was. Ich schätze mal ja. Na, da oben. Ich sehe es. Komm ich aber nicht dran. Hochstecken. Ich werde jetzt übrigens jeden Samstag streamen. Von daher. Wenn ihr es verpasst habt und euch ärgert. Keine Sorge. Nächsten Samstag geht es weiter. Da kann ich die Zeit immer schön nutzen für irgendwelche Dinge, die länger brauchen. Gerade am Start war es jetzt sehr gut, finde ich. Rumblebeast hat am Start jetzt einfach ohne Aufnahme gespielt. Bin ich froh, dass ich streamen kann. Nehme ich meinen Sound überhaupt richtig auf? Ja. Ach, ich weiß das nicht so. So. Gras, Wachse. Ähm. Vitor ist ein Barrel. Gibt es sowas wie Barrels? Ich denke mal schon. Ja. Ähm. Zwei Eisen. Haben wir das. Ja. Haben wir. Ein Oco Plank. Haben wir auch irgendwo. Irgendwann haben wir eine Plank. Oder auch die nicht. Da ist Rumblebeast. Hallo. So. Ein Barrel. Wie machen wir das? Ich glaube hier hinten. Aber wir machen das erstmal so einfach. Nennt der so viel Cobblestone. Dann kann der Gute hier schön Cobblen farmen. Ja. Da ist noch ein bisschen was. So. Ist da oben noch Holz drin? Nein. Das Gras dauert jetzt ein bisschen. Während wir auf das Gras warten, machen wir den Rest hier einfach nochmal ein bisschen. Au. Ich habe es hier nämlich auch sehr merkwürdig gebaut, finde ich. Also. Wir machen das mal kurz besser. Echt hässlich. Und unpraktisch. Das ist hier ganz schön. Oh. Okay. Ähm. Jetzt machen wir das nämlich klüger. Zack. Dann kommen da drei Hopper dran. Und dann kommen da drei Hopper dran. Eins, zwei, drei. Wenn ich hier dann das Sieb hin packe und gleich dahin puste, dann funktioniert das schon. Und dann kurz noch mal abbauen. Wenn ich hier nicht mit dem Ranch drehen muss. So. Äh. Äh. Das war natürlich falsch. Kommt doch das Sieb hin. So passt ihr auf. So passt ihr auf. Ähm. Gut. Das wird dann bepowert. Und so. Ähm. Die ganzen Dinger machen wir mal aus. Ich weiß nicht, warum das an ist. Packen wir den da oben rauf. Ähm. Geht das nicht? Jetzt müssen wir echt schummeln. Okay. Gut. Hätte man auch gleich da drauf platzierbar machen können. Aber dann nicht. Kriegt schon wieder Achievements. Das sollte jetzt alles funktionieren. Hoffe ich. Also ich wüsste nicht, warum nicht. Ähm. Nein, 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 nein. So. Ich glaube, das lassen wir mal. Packen das hier nur ein bisschen. Gerade. So. Und gemischtes Holz. Ist uns gerade egal. Ähm. An die Kiste. Sortieren. Erde da rein. Zaplings da rein. Die Fackeln stellen wir mal lieber auf. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Hier noch eine. So. Jetzt brauche ich den Hebel. Jetzt brauche ich nur noch einen Hebel, damit das Ganze hier funktioniert. Und das hier können wir jetzt wieder wegreißen. Und. So. Weil der kann ja da drauf natürlich stehen. wieder ein bisschen Wasser befüllen. Ja, ja. So. Nummer zwei. Drei und vier. Ein bisschen Kohle rein. Und dann haben wir es wieder. Da. Der hat sich sogar die Energie gemerkt, die er hat. Ach der. Au. Das finde ich nett. Äußerst nett. Gut. Haben wir was zur Demonstration, was wir da reinwerfen können. Wir können jetzt mal. Keine Ahnung. Wir testen mal hier mit dem. Ja, mit dem 5 Gradil. Einfach rein da. Und jetzt sollte er auch arbeiten, wenn ich so mache. Das sollte vom Prinzip her schon reichen. Ja, wir helfen ein bisschen buddeln. Ja, es reicht. Perfekt. Na, die können wir ein bisschen zu weit fliegen. Gut. Machen wir noch ein paar Schutzwände. Na, das wird schon gehen. Beziehungsweise, ähm, Stairs. Stairs sind gut. Fürs Erste. Zack, dann können wir trotzdem mal in die Kiste. Und es kann was dagegen fallen. Gut. Dankeschön. Kann der Rest wieder da rein. Hoppa brauchen wir auch nicht. Haben wir jetzt ein Öhr. Die packen wir auch erstmal da rein. Das kommt in unsere Erzkiste. Ähm, die nicht. Aber das hier oben. Ich muss gerade noch ein bisschen rumwuseln. Hätte ich vielleicht im Stream machen sollen, aber... Mein Gott. Ach, hier haben wir schon ganze zwei Grasfelder. Lässt aber auf sich warten. Ich glaube, wir... 16 Minuten. Ja, wir schneiden das kurz. Also, wir sehen uns wieder, wenn hier Gras ist. Ah, wir gucken mal kurz, während das vor sich hin wächst. Laufen wir mal kurz hier hinten hin. Beziehungsweise weg. Gehen dann wieder hin in der Hoffnung, da ist eine Kuh oder sowas. Dann haben wir nämlich ein Leder. Wenn wir ein Leder haben, können wir... Warum habe ich das Buch noch? Egal. Äh, wenn wir ein Leder haben, können wir natürlich auch... Ein... Buch machen. Und wenn wir ein Buch machen können... Können wir mit Botania anfangen. Und wir müssen bei Botania dringend was machen. Denn wir brauchen eine Enderperle. Wir können uns auf eine Farm basteln, aber... Nö, warum? Und scheinbar spawn keine Tiere. Wir haben noch zu wenig Wiese. Ja, leider. Gut. Dann warten wir eben auf das Gras. So. Und da fehlt uns nur noch ein Grasblock. Ich denke mal doch, dass wir jetzt endlich Tiere kriegen. Schwinden wir noch mal. Schließlich spawnen ja Tiere auf dem Gras. Stimmt, ich war gar nicht bei Prinzessin gucken. Wollte ich eigentlich... Und guckt euch das an, wenn da so ein riesenweißes Ding aufploppt. Schlimm. Ich hoffe, die Lilly kommt auch endlich mal dazu, weil... Ich habe extra für sie Ars Magica zum Beispiel reingemacht. So. Wir sollten aber hoffentlich Tiere sein. Wenigstens eine Kuh. Mehr will ich gar nicht. Wenn nicht, dann hat Rumblebeast schon wieder so viele Tiere, dass ich gar nichts mehr spawnen kann. Wäre nicht das erste Mal. Nö, nichts. Egal. Äh, wir brauchen auf jeden Fall Bone Meal. Dankeschön. Was ist mit dir eigentlich? Okay. Reicht erstmal. Dankeschön. Bzw. Nö, mach weiter. Und wir holen uns mal den ganzen Koppel, den du jast. Und packen den hier rein. So. Ach, die sind auch wieder gewachsen. Machen wir kurz. Sekündchen, Sekündchen. Denn, zehn davon ist ein Erde. Und da wir auch Erde benötigen, um sie zu sieben und für sonstige tolle Dinge. So. Ein gelbes Flügel. Na, immerhin. Ähm, es gab eine Quest. Moment, wir gucken mal Botania hier. Ähm, Botania. Da vorne. Ähm, wir sollen uns das Buch machen. Ja. Wie kriegen wir Leder? Wie kriegen wir Leder aus diesen Boxen? Okay. Äh, so kriegen wir das auch. Ist auch ein bisschen sheetig. Ein bisschen, ähm. Faulfleisch. Nee. Wir müssen uns echt nur Recycler bauen. Sollten wir vielleicht mal tun. Okay. Das heißt. Es tut mir leid. Ich muss jetzt gleich erstmal wieder kurz hier. Ach, ne. Nö. Nö, nö. Ähm. Wir machen weiter. Haltes Blümchen. Haltiges Blümchen. Haltiges Blümchen. Wir brauchen Rot und Gelb. Sehr schön. So, jetzt sollten wir ein bisschen Rot und Gelb haben, hoffe ich. Ja, Rot, Gelb. Die brauchen wir dann später. Die brauchen wir einfach mal hier in unsere besondere Kiste. Da kommen die Blümchen rein. Und dann haben wir was rausbekommen. Und zwar. Was ist denn das? Okay. Was macht man damit? Das weiß vermutlich keiner gut. Ähm. Aber die können das hier erstmal ein bisschen hübsch bauen, oder? Ich meine, wir haben die 20 Minuten gleich und die ist schon wieder sowas. Braucht man auch dafür. Okay. Was wir alles Merkwürdiges kriegen hier. Lauter skurrile Dinge. Gut, aber das hier haben wir erstmal hübsch gebaut. Hier, wieso fehlt hier Wasser? Ne. Sollte eigentlich kein Wasser fehlen können. Gut. Viel besser. Ähm. Ja, da kriegen wir noch ein paar Blümchen. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns in den nächsten Part und dann fahren wir erstmal nochmal ein paar Erze. Denn die brauchen wir. Also, bis zum nächsten Part. Bleibt ja immer schon beim Bus. Euer Paragoran. Tschüss. Ja, über Hampshire. Bis zum nächsten Part Muy. Außerdem. Vielen Dank.